Moin und willkommen zur neuen Folge Arno 1800. Ich bin wieder im Pause-Bereich. Und dann schauen wir mal, beim letzten Mal haben wir ja ein paar Schiffe versenkt. Oh, 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 ich glaube das Schiff qualmt. Aber es findet zurück im Hafen, dann wird es auch wieder repariert. So, ja, du bist auch gleich in dem anderen Hafen, dann wirst du da auch gleich repariert. So, 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 da ist noch ein Auftrag. Ja, nehme ich auch an, zerstöre zwei Fregatten. Ähm... Ne, fährst du ab. Fährst du mal da hin, da sollst du zwei zerstören. Zack. Schaffst du schon. Ich bin juter Dinge, wa? So. Wir produzieren hier Tacos. Und ich bin da mal... Ja, Rum sogar auch. Wird der Rum... Nein, der Rum wird noch nicht rüber geliefert. Immer noch zehn. Hatte ich das nicht überhaupt 50 gestellt? Ich wahre der Meinung. Ich weiß es aber nicht mehr. Lieferst du mal... Lieferst du mal... Dann kannst du das hier mal alles abladen. Oh, dann zerstörst du auch hier ein. Du liegst vor Anker, du musst repariert werden. So. 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 So, 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 so. Baumwolle. Du darfst jetzt auch den Rum mit auf die andere Insel bringen. Da haben wir ihn. Damit unsere Bilanz wieder verbessert wird, gehen wir in die andere Welt. Und hier ist unser Handelsschiff. Wir nehmen wieder Fisch mit. Kleidung müssen sie erst wieder herstellen. Da möchte ich jetzt nicht eingreifen, sonst haben sie nichts mehr. Segel können wir mitnehmen. Kohle können wir mitnehmen. Und auch ein wenig Stahl. Stahl haben wir keinen Platz mehr. Das heißt, du fährst jetzt schon zur Hauptinsel. Ich weiß nicht, warum du da vor Anker liegst. So. Aber wir haben hier noch ein Schiff. Dann nennen wir Segel, Kohle, Eisen, Stahl. Können wir immer noch nicht. Naja. Gut. Ein Schiff haben wir aber noch. Eins haben wir noch. Eins, eins. Ja, 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 ja. Jetzt wollen wir Stahl mitnehmen. So. Boah, Seife ist auch voll. Seife nehmen wir auch gleich mit. Ja, wir haben hier sogar Rum. Ich weiß nicht, warum, aber wir nehmen den Rum mit. Ich glaube, weil im Hafen, in der Stadt, nicht Hafen, ein Fest gefeiert wurde. Und wenn Feste in der Stadt gefeiert werden, dann gibt es, glaube ich, immer Sekt. Haben wir hier auch Sekt? Und ja, Sekt, Zigarren, Schokolade. Ich weiß nicht, wie die denn auf einmal auftauchen, aber sie sind da. Es ist ja auch völlig egal. Es steigert die Bilanz. Hier wurde noch kein Fest gefeiert. Hier sind die Bewohner noch nicht so zufrieden oder werden noch keine aufgewertet. Das kann auch sein. So, Schiffe werden angegriffen. Du wurdest angegriffen. Weg. Weg. Du wurdest angegriffen. Weg. Äh. Schiff wurde zerstört. Weg. Wurde angegriffen. Weg. So, das haben wir schon mal weggeklickt. Weg. 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 Weil hier haben wir auch auf einmal Sekt, Zigarren und Schokolade. Und hier wurde nicht Wurde, sondern gab es auch ein Fest. Muss aber mal gucken, wie heißt diese Insel Wurdebrück. Da gibt es doch auch eine Route, ne? Irgendeine Route gibt es da. Ich weiß das. Die Bierroute. Genau. So. Du sollst aufladen. Äh. Nee. Wir haben die Zinkmine. Haben wir die schon gebaut? Ich glaube noch nicht, ne? Aber wir haben alles hier. Dann bauen wir die jetzt einfach, ne? Äh. So. Lager ist ein bisschen weit weg vom Schuss. Dann baue ich lieber noch eins. So. Dann bauen wir die jetzt einfach, ne? Dann kann das auch da und da und, ne? Dann kann es auch zum Stahl, zur Kuhle und, ne? Das klappt schon. So. Dann haben wir die Zinkmine. Gucken wir mal, was wir noch für die Brillen brauchen. Schiffe wurden angegriffen. Warum werden Schiffe angegriffen? Weil mal wieder irgendeiner so geistreich war und versucht, mich da abzuschießen. zu. Mh. 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 Du, ihr beide zerstört mal bitte den. Du bist in einer Schlacht. Schiff unter Beschuss. Dann würde ich sagen, Attacke. Auf, auf. So. Wir waren jetzt aber immer noch bei den Brillen. Ich will jetzt nach den Brillen gucken. So. Wir brauchen, haben eine Kupfermine. Wir haben eine Zinkmine. Das heißt, wir bauen hier eine Messinghütte. Glas müssten wir sowieso noch haben. Dann müssen wir noch auf ein bisschen Beton warten. Und dann bauen wir hier die Brillenproduktion Industrie. Nennt es wie ihr wollt. Es wurde schon wieder ein Schiff angegriffen. So. Bauen wir hier auch gleich nochmal eine Feuerwehr hin. Warum? Achso. Du fährst. Ja. Ähm. Kann man machen. muss man nicht. Äh. Naja. Soll vorkommen, hab ich gehört. So. Aber wir hatten hier auch Aufträge, ne? Hast du da endlich da was erreicht mein gutes Schiff? Ne, hast du nicht. Warum nicht? So. Der ist gleich zerstört. Und hier bist du irgendwo im Dunkeln. Warum? Wo ist das? Das wird gerade repariert. Gut, denn das wird auch repariert. Ein Schiff wird angegriffen. Ja, aber du lieferst Pelze. Was macht hier ein Pirat? Attacke. Wollen wir nicht. Wir können das auch, was du kannst. Wenn du jetzt mein Schiff versenkst, ne? Wird ich echt sauer. So. Dann ist mit mir nicht mehr gut Kirschen essen. Da kann ich ja versprechen. So. Ja. Hehe. Wie bei dem Beweis? Wo ist der Beweis? Irgendwo. Hier anscheinend. Ähm. Welches Schiff haben wir hier in der Nähe? Wir haben das hier. Ja. So. Das fährt. Das ist. Das heißt, das ist das. Das ist über. Du zerstörst die beiden. Du bist hier. Du flitzt da rum. Das ist manchmal echt schlimm, wenn man zu viele Schiffe hat. So. Du lieferst das bitte da ab. So. Wir waren immer noch bei den Brillen. Ich möchte endlich Brillen haben. Das ist manchmal echt ein bisschen aufreibend, wenn man da unbedingt was haben muss. Dafür aber 20 Sachen bauen muss. So. Es fehlt noch eine Einheit Stahlbeton. Ja. 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 Wann bekommen wir die? Wie sieht es mit dem Schnaps aus? Nee. Das war er nicht. Das ist der. Haben wir. Ja. Die Schnapsproduktion geht hoch. Das ist doch super. Fleisch geht runter. Aber das können wir auch von der anderen Insel wiederholen. Wir haben hier ja Fisch, Segel, Kohle, Eisen, Abfahrt. Dann haben wir hier Segel, Kohle, Eisen, Abfahrt, Stahl, Seife, Schnaps. Abfahrt. Wie viel Schnaps haben wir denn eigentlich? Ja. Ja. Nö. Gerade das, was wir geliefert haben. Das mehr haben wir auch nicht. Aber ist auch nicht so tragisch. So. Dann gucken wir mal. Es wurden Schiffe angegriffen. Es wurden Schiffe angegriffen. So. Du wurdest auch angegriffen. Du bist da unten. Aha. Schön. Ja. Du bist gleich fertig. Dann können wir gleich da wegen dem anderen Auftrag. Da haben wir nämlich auch nur noch 19 Minuten Zeit. Und die Folge ist schon wieder fast vorbei. Sehe ich gerade. Aber den Auftrag schaffen wir jetzt noch. Ja. Gute Frau. Wir haben dir was mitgebracht. So. Ich will die beiden Schiffe zerstört haben. Das kann doch nicht so schwer sein. Du bist ready. Ready. Oh. Take off. Dann ballerst du auch da runter. Und zerstörst mir bitte die Schiffe. Kann doch nicht so schwer sein. Äh. Ja. Nimm die Insel. Hubertun, die ich lassen kannst. Zur Not nehme ich dich einfach ein. Mein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Hm. Ja. Das habe ich mir schon gedacht. Dass er hier. Seine. Seine Hobbyfarm aufmacht. Ja. Ja. Jetzt müssten aber. Wenn ich mich recht entsinne. Ich fliege ein bisschen viel gerade hin und her. Ja. 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 Ähm. Taschennummer. Ich besitze eine Taschennummer. Ne. Ähm. Ähm. Wir wollten Brillen. Wir müssen dafür noch die Brillen. Ja. Hier fehlt wieder das Zink. Ne. Weil das glaube ich noch nicht geliefert wird. Das wollten wir ja noch einstellen. Wenn ich jetzt wüsste, die Insel heißt... Nee, die ist es nicht. Die ist es. Hatten wir das nicht eingestellt? Nee, da waren wir dabei, ne? Gut. Link, lieferst du da bitte ab und nimmst du an und fährst du los. Machst mich reich. So. Wir haben aber genug Stahlbeton. Das heißt, wir können schon mal die Fabrik bauen. Wir können auch einen Hafen entlacken. Wir brauchen aber wieder Stahlbeton. Gut, dann bauen wir den noch nicht. Ein Schiff wurde angeguckt. Nee, ja. Das erste Schiff. Juhu. Nimmst du den? Der ist dichter dran. Oh, von beiden Seiten kriegst du es jetzt. Entschuldigung, ich habe einen Frosch im Hals. Jetzt kriegst du es von beiden Seiten, Alter. Wenn du nicht gleich Zerstörer bist, dann fress ich ja mal ein Besen. Das kann ich dir aber erzählen. So, mein, ja, das eine ist auch gleich zerstört. Aber seien es auch gleich. Mist. Egal. Wir haben nur noch eins, was wir zerstören müssen. Und ein Schiff weniger. Ich glaube, da müssen wir noch mal welche rüberschicken. Ich beende die Folge erst, wenn das Schiff zerstört ist. Also. Mach mich reich. Stell dich hin. Mal da los. Jetzt, 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 jetzt. Feuer. Nachladen, nachladen. Nee, gut. So. Folge ist rum. Schiff ist zerstört. Man könnte sagen, ich bin zufrieden. Dann sammeln wir jetzt aber noch das Objekt der Behirde ein. Wir haben ja noch ein bisschen Platz. Ach, das ist ein Brief. Naja. Und schicken ihn auf die Reise. Und damit beenden wir jetzt die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst doch bitte ein Abo und ein Like da. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Drückt das Däumchen. Und wenn ihr mich wieder hören wollt, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ich wünsche euch was. Tschüss. 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 Vielen Dank.